dann ist diese jetzt part 19 20 willkommen in der ersten klasse matheunterricht mit der verregal heute lernen wir wie wir bis 30 auslöschung das sind die guten ja so findet man einfach alles was man findet auslöscht naja bringen einfach alles um was in die quille kommt und alles was dann noch übrig ist ist woher nein sehr clever wenn man den ganzen planeten wir sind ja nur in einem gebiet ich muss 30 kills machen ich muss einen mod finden da war ein typ pass auf den snipe ich gleich da war das super funktioniert naja wie ist es was denn ist leicht gesnippert und mehr damage als das snipe Soll ich mich aus den T-Extrem-No? Level 9 Weiß nicht Warum zählt das eigentlich nicht für meine komische Aufgabe? Wahrscheinlich weil 30 Rifle-Kills machen Und der Bogen ist ja mein Rifle Ja, keine Ahnung Also das müsste man eigentlich immer vorher wissen Was für eine Mission man da hat, oder? Damit man die auch effektiv Nee, ich hätte eigentlich gedacht Ein Bogen ist ein Rifle Weil beim letzten Mal hat das jetzt auch gezählt Eigentlich ist das ja egal Das sind 5000 Erfahrungen und so Das ist eine ganz schöne Menge Ja, ich glaube, das ist nicht viel Ja, realistisch Hier wegfliegt Ich muss sagen, ich mag solche Rektor-Physics eigentlich immer Ich finde es auch gut Aber in dem Spiel sind es im Gesicht sehr seltsam Das vermisse ich ja auch in Boxhole 2 Das ist ja kein Rektor Und es mir geht, der einen am Fuß rumhängen kann Ja, schon Dafür liegen die Gegner ja da Und sind wie Landmienen für deine Waffe Wenn du rauf haust Echt? Hast du das noch nie gemerkt? Wenn du auf eine Leiche rauf haust Verliert deine Waffe irgendwie 10 Halbbarkeit Hatte ich in der Lost Bastille In meinem Video Da lagen irgendwie 3 Leichen auf den Haufen Dann habe ich die anderen schon noch gekillt Mit 2 Hitsen Dann war meine Waffe schon voll einfach kaputt Krass Bei jeder Leiche Die separat 10 Halbbarkeit hat Was wollen denn die Viecher? Das ist irgendwo noch ein Typ sein Tot Die sind irgendwie ein bisschen lästig, die Hunde Wenn sie uns nichts tun Können halt ihre Scheiß kaputt machen Ihre Nester Dann würden die auch verschwindet Oh Oh Oh, noch einer Oh, da hinten ist ein Räume What the fuck? Ne, ich glaube er da hinten geht's weiter Oh 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 Man, ich habe irgendwie nichts Lustiges zu erzählen Nicht Ich weiß nicht, ich finde die Aufnahme ist jetzt schon wieder sehr langweilig, weil hier keiner was sagt Ja, weiß ich nicht Ich hatte überlegt, ob ich mal so ein LP anfange, wo ich immer nur aufnehme, wenn ich wirklich was Bedeutendes zu erzählen habe, wenn ich mich über irgendwelche wichtigen Nachrichten auseinandersetzen will oder wenn irgendwie mal was Wichtiges passiert oder so Wir können uns ja jetzt mit dem Zeug auseinandersetzen, was gerade wichtig ist, aber Ja, im Moment ist ja nichts Wichtiges Zu dem Zeitpunkt, wo das dann ausgestrahlt wird, ist nichts mehr wichtig So, ist doch nicht so weit hin Ja, doch, schon ein bisschen Eine Woche Ja Ich meine, da könnte die Ukraine-Krise schon gelöst sein Ja Das finde ich eh bekloppt Ich hoffe, dass das bitte bekloppt Ja, warum glauben die sich, das sind eher als Russen Ja, aber die einen Russen mögen die anderen Russen halt nicht Die Putin will halt alles für sich allein haben Oh mein Gott, Hunde seid ihr nervig Darf ich bitte auch mal wieder aufstehen? Hilfe, ich komm nicht mehr weg What the fuck? Irgendwas ging seit mich hier Ich hab keine Ahnung, was da war Ja, aber da war doch nichts, war das so ein Hund? Nein Die Hunde sind eigentlich relativ freundlich Ja, da war so eine Horde an Hunde und irgendwas hat mich immer am Boden gehalten Ich konnte nicht weg Ah, fress mich Die kamen so ganz langsam auf mich zu, ich dachte riesen freundlich, aber waren sie wohl doch nicht Nein, die haben rote Augen, siehst du das hier nicht? Die müssen böse sein Ab Scheiß, fischern Die müssen wir überhaupt töten, 75 Ja Ich glaub, das ist machbar Was war das denn denn schon wieder? Hä? What the fuck? Achso, ich glaub dir hier ist so eine Mine angesprungen Eine Mine? Ja Na, ich sterbe auch nicht das Mob Da steht man schon alleine Was war das denn? Ja, siehst du? Genau so Aber ich glaub ich bin gesniped worden Wiederbeleben oder aufgeben Ich geb da nicht auf, wenn wir jetzt schon 70 Killed haben Und ich möchte meinen, dass es ein Sniper war, der mich gekillt hat Ja, hier ist ein Sniper Das war halt mein Schild weg, das ist mein Leben Clever, das ist clever Jetzt hab ich auch keine Killcam oder irgend so was, was mir indiziert, wer mich umgebracht hat Killcam gibt's ja in der Regel nur bei Ja, aber trotzdem Das hier ist ja fast wie Singleplayer Das hier ist ja fast wie Singleplayer Das wär mir ja trotzdem lieb und gut, wenn ich wüsste Was mich hier umbringt Weißt du? Nein Boah, der ist aber gut geflogen In einer realistischen Flugbahn Wir sind fertig 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 Sehr gut Sehr gut Haben wir jetzt irgendwelche Eier eingesammelt, oder? Nein Ich hab auch keins gesehen, wenn ich ehrlich bin Ich hab die jetzt automatisch bekommen Ich hab die jetzt automatisch bekommen Oh, ich weiß ja schon Okay, das hat dann wohl nichts gebracht Fertig